Da machen sie nen Stresstest. Jo! Oh Mann! Den sollen sie mal bei richtigen Online-Games machen. Bei Splatoon oder so. Oh, hi! Shiny! Ich weiß aber nicht wo. Da! Da ist es! Oh, es ist tot! Oder? Es ist tot, Leute! Sieben! Leute, sieben! Sieben Shinies musst du fangen! Und das ging sogar richtig schnell. Das war im Vergleich zu den letzten Wochen mal ein schnelles Shiny. Legenden nicht mehr willst, ich hol's ab. Leute, noch zwei Subs, Junge. Vielleicht schaffen wir die ja heute mal. Dann ist heute Abend 0 Uhr noch giveaway, Alter. Ich hab Zeit. So. Ähm. Jo! Sieben, Alter! Sieben! Gut. Ähm. Auch rein da, ne? Und wenn's geht, unentdeckt bleiben. Weil das wird echt schwer, das zu fangen. Scheiße! Ähm. Das wird echt egelhaft. Muss ich jetzt echt mal gucken, wie ich das mach. So, ich muss auch weiter hinter, ne? Ja. So, wenn man das Spiel hier wirklich zu 100% spielt, Leute, na dann moin. Das wird dauern. Das geht nicht so schnell. Das geht nicht so schnell. Nein, die rollern weg! Ich bin unsichtbar. Ihr seht mich nicht. Scheiße. Jetzt kommen die wieder alle. Was, die hat da shiny in Ruhe. Da ist es. Wollte sagen, ihr bringt mich jetzt aber nicht um, oder? Was, die Boss? Hilf mir! Wo bist du denn, du Ficker? Du Bastard. Alter. So. Oh nein, haben wir jetzt das shiny wieder umgebracht? Oder ist es noch da? Ne, da hinten rollert's noch. Okay, das wird aber wie... Oh, Alter. Das wird richtig eklig, ne? Ich musste shiny mit Getreide anlocken. Weil wir ja wissen alle, Shinies lieben Getreide. Getreide! Wecker Getreide! Du bist nicht shiny! Du bist shiny! Ah, und er rollt weg! Warum tut er das? Yes! Puck! Wua! Oh, die Säcke, die bringen mich um! Wer hat hier nur durchgereicht?! Alter! Ei, 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 ei! Okay, das war's! Puh! Schwierige Geburt! Ne? So! Pokemon! Wight? Du, 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 du... Temour! Taum, du, du... Okay, meine Verteidigung geht hoch und meine Spezialverteidigung runter. Alter, hat der eine krasse Init. Ach du Scheiße, der ist richtig schnell. Wow, Junge, Alter, 161 Init, der ist richtig schnell. Ja, geil, normal, ne? Was geht denn bei dem, Alter? Der ist ja anders unterwegs, Turbo Ball, Junge. Beglücke mich. Ja, das sieht gut aus, das wird der E-Mode, Leute. Aber Piet sagt lieber die normale Farbe. Komm, mach das nochmal, das war lustig. Ah, fast. Ja, genau, so muss es gucken. Wie eben, so die Augen so komisch und dann so drehen, das ist lustig.